Willkommen, mein Name ist Darius und heute werden wir ein sehr kraftvolles Befreiungsgebet sprechen. Schließen Sie sich mir jetzt im Gebet an, wenn Sie an die mächtige Kraft Gottes glauben. Ich möchte mit Ihnen ein faszinierendes Gebet der Anrufung an die göttliche und oberste Macht, den Schöpfer des Universums, teilen. Dieses Gebet hat das Potenzial, Ihr Leben durch seine unglaublich kraftvollen und wundersamen Fähigkeiten, Ihre Wünsche zu manifestieren, für immer zu verändern. Indem Sie dieses Gebet nur einmal ausführen, mit unerschütterlichem Glauben und vibrierender Energie in Ihren Worten, können Sie diesen tiefgreifenden Segen empfangen. Gebet an die oberste Macht Ich flehe demütig den Herrn, meinen einzigen Gott, an, von mir in diesem Moment alle negative Energie, begrenzenden Überzeugungen und Personen, die mein persönliches, finanzielles, spirituelles und berufliches Wachstum behindern, zu entfernen. Gewähre mir die Fähigkeit, so wohlhabend und erfolgreich zu werden wie die reichste Person, die ich kenne. Heute trete ich vor Dich, um durch dieses Gebet den großen Sieg und Triumph zu erbitten, den ich wahrhaftig verdiene. Außerdem bitte ich darum, Zeuge der großartigen und barmherzigen Macht Gottes zu werden, indem ich das Wunder eines gewaltigen Segens in meinem Haushalt empfange, vergleichbar mit einem Geschenk des Universums, in Form von Geld und Wohlstand. Herr Gott, wie kannst Du das Flehen dieses bedürftigen Kindes hören, das die unzähligen materiellen Prüfungen nicht mehr ertragen kann? Hier bin ich, erfüllt von Glauben und sehnsüchtig nach Hoffnung, wahrhaftig glaubend, dass Du mein Leben verändern kannst und wirst. Erhebe mich aus den Tiefen der Verzweiflung und verwandle mich in eine wohlhabende, florierende und überreich glückliche Person. Ich habe Vertrauen in die grenzenlose Macht dieses unendlichen Universums, das Du perfekt erschaffen hast. Heute erwarte ich eine sofortige und befriedigende Antwort, da ich einen göttlichen Energiefluss empfange, der die notwendigen Mittel bringen wird, um mein Leben dauerhaft zu verändern. Himmlischer Frieden, Schöpfer aller Existenz, ich flehe Dich an mit unerschütterlichem Glauben und absolutem Vertrauen, meinen Wunsch zu erfüllen. Möge das Geld zu mir kommen und an meiner Seite bleiben. Durch zahlreiche lukrative Möglichkeiten, vorteilhafte Geschäfte und Lotteriegewinne, lass mich zu einer wohlhabenden, reichen und einflussreichen Person werden. Mit ganzem Herzen und ohne Angst, das Glück zu umarmen, flehe ich Dich an, denn Du weißt, dass ich weder Gier noch Bosheit in meinem Herzen hege. Gier definiert mich nicht. Ich bin all dieser Segnungen würdig. Heute flehe ich Dich an, all dies zu manifestieren, denn ich bin vollständig darauf vorbereitet, es mit tiefem Dank zu empfangen. Herr, ich weiß, dass mir heute Geld zukommt. Durch dieses Gebet empfange ich Deinen wundersamen Segen des Wohlstands. Von nun an werde ich wie ein mächtiger Magnet sein, der all den Reichtum anzieht, den ich mir wünsche, wann immer ich es mir wünsche. Von diesem Tag an wird es mir leicht fallen, einen erheblichen Geldbetrag zu verdienen. Oh, lieber Gott, souveräner König des Universums, ich empfinde bereits immense Dankbarkeit für den reichlichen Geldregen, den Du über meinen Haushalt ausschüttest. Dein Wort hat sich erfüllt, und ich kann nur meinen Dank für den Rest meines Lebens zum Ausdruck bringen für die unzähligen Segnungen, die weiterhin meinen Weg kreuzen werden. Heute fließt Geld in meine Hände und wird niemals gehen. Gott hat mich mit dem Geschenk der göttlichen Wohlstand gesegnet, das es mir ermöglicht, zu einem mächtigen Magneten für Reichtum, Glück, Liebe, Glück und die Erfüllung all meiner Wünsche zu werden. Ich kann es durch die Macht Gottes erreichen, und ich werde es immer mit tiefem Dank empfangen. Amen Geben Sie Amen ein, wenn Sie an Wunder glauben. Sehen Sie sich diese wichtige Nachricht jetzt an. Geben Sie Amen Geben Sie Amen Geben Sie Amen Geben Sie Amen